Damit willkommen zu Kizemlenport Beldus geht, die Zufrei. Sprechen wir es mit den Leuten? Ha, lang lebe die Büropathie. Die Büropathie werden als Heroin, sagte er. Poxi Drimm, in den bledenden Osten. Na ja, ein Zehn, einfach nicht. Ich wundere mich. Riesendlich Risskamp. Worte zu den Wissen. Gib dem Ehemachter Tempel eine große Bord. Ruhige Böger. Sicherlich nicht wieder meine Träne bringen. Der Priester ist gerade gestorben. Ich dachte, Priester wären so höflich. Was ist euer Geschäft? Danke für die Vorwarnung. Das ist eine Entschuldigung, dass du wütend bist? Exkluden die Leute! Komm aus! Sie würden mich nicht inlassen. Er sprach ein paar Triebe über meine Sorge und absoluten Mörderer. Ich wollte nur eine Minute sitzen. Ich dachte, Priester wären so höflich. So habe ich. Lass mich euch zeigen. Der Unsicherheit brauchen wir sehr trinkend. Ei trinken. Nützliches Zeug hat sie hier. Dann können wir die ganzen Reise kaufen. Ich muss noch kippen, dass das hier unten steht. Zu viele Rucksäcke und Taschen mit. Die müssen wir alle nicht brauchen. Die brauchen wir wirklich alle nicht. So haben wir die Schrifträume, die wir brauchen. Die Silferngifsten haben wir noch eins davon. Okay, wir haben schon zu viel weggegeben. 500 brauchen wir nur. Einige davon ist schon 1800 wert. Wir haben die bisher immer zu. Wir haben die immer für 50 oder das weggegeben bei den Leuten. Ein alter Schwede. Eine Fackel. Ein anderes Frisch. Die plugsamer. Auf einmal. Das ist weiter. Hier ist das zu wertvoll. Gegenwährlich. Vor format nicht mehr. Auf einmal. Auf einmal. Und. Auf einmal. so ein persönliche briefe die wir abgeben können das beizt man immer noch Die ganzen Bücher, die wir nie gelesen haben. Und was für ein Wert, was wir hier noch haben? Ein ähnliches Wasser, dabei hätten wir noch Säurepflure von mir aus. Und was für ein Wert, was wir hier noch haben? Und wer ist er? Gut, Sir, gib mir drei Tage und... Oh, äh, Entschuldigung. Ich dachte, du warst jemand anderes. Grüße und so weiter und so weiter. Was wisst ihr über viel von Grootsmal und wer auch immer das ist? Ich werde es bestimmt im letzten Part erfahren und wieder vergessen. Der Landlord, Sir Frego Antuna. Eine sehr dankbarer Mensch, bin ich sicher. Fion, eine von Frau Zell's Mädchen, die lacht wie ein Starrstwinkel. Ich habe sie nicht für eine zehn Tage gesehen. Zehn Tage und vier Bellen, um genau zu präzis zu sein. Nicht, dass ich es kenne. Fion ist verschwunden, aber ich finde sie nicht. Sie ist verschwunden? Ich dachte nicht, sie ist verschwunden. Sie ist nicht hier. Oder sonst woher. Oh, ich denke, das ist verschwunden. Aber mit extra Worten. Ich denke nicht, dass der Mörder, die auf der Leuchte, hat sie? Oh, mein Gott, nein. Es ist zu schrecklich zu erinnern. Ah, ja. Na dann, ich füge ich bei der Suche. Wir müssen mal die Treppe hoch. Okay, was suchen wir hier oben? Diese Treppe suchen wir oben. Hätte ich meine Kleider schon blündern? Nein, gib mir Trouble jetzt. Eine 25, das gehen wir doch hin. Oder nicht? Ich bin höchst kurz vor, dass wir noch mehr die Leuchte schießen, 20 und nur sind die Leuchte. Ja, komm. Ja, das wird nix. Aha. Die Präsidents. Da kommt man nicht ran. Da wäre da irgendetwas wichtiges drin gewesen. Oh ja. Ähm. Ich glaube, da müssen wir ruhig. Und da kommen ne 25. Das ist doch machbar. Drei Versuch haben wir noch. Und da müssen wir doch mal ne 20 Würfeln. Ne 6. Bei so vielen Würfeln muss das doch irgendwann mal. Unglaublich. Ich sehe schon im Moment hier. Ich stehe nicht zum Feil im Moment hier. Ich sehe schon im Moment hier. Ne. Ne geht doch. Ah, ne der Blumenschlüssel. so schauen wir uns mal um tempelpläne stück käse nicht mal gut fleckige nach zwei hände jetzt zwei hände zwei jahre sind nötig nicht genug muss mit ruhen bedecken und mit blut bedeckt zu sein mehr okay dann fehlt es und eine kette der schrank der packt hier rein ein würfelpech er so wollte gerade so geschafft was ein weiterer schlüssel jetzt haben wir einen weiteren schluss aber für welche türen dafür recht ruhe oder okay drauf ist und das brennt stuf das immer hier Vielen Dank! Ok, wo führt uns die Schlüsse hin? Ok, hier ist interessant. Da möchte ich mal hin. Vielleicht können Funken rein. Ein Hammer und Ketten. Aha. Ende geht es für uns nichts weiter. Da ist noch eine Tür. Da geht es auch noch draußen. Ich muss hier mal gucken. Oha, ich würde mal hier richtig rüberspringen. Aber auch schon. Oh, ich würde sagen. Oh. Oh, ich würde ihnen die Tür anfangen. Wir sind ja auch hier. Oh, ich würde mal verfolgen. Ich werde den Mord auf, ich wollte es mal reingucken. Ich werde jetzt hoffentlich hier aus dem Tatorier etwas erfahren. Ah, ich glaube, ich weiß, wo wir jetzt nichts hin müssen. Eine Faust. Sie hat selbst gegrüßt. Okay, da waren wir aber schon. Das haben wir gerade getan. Vielleicht suchen wir, dass sie noch ist. Jetzt sollten wir mal ins Unterstadt. Versuch mal das hier. Weil ich nicht weiß, welche andere Pusten nahe genug dann müssen. Okay. 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 Das ist vielleicht dumm, dass ich die ganzen Bücher verkaufe. Und wenn du brauchen noch aus einem der Bücher einen Hinweis irgendwo, da steht dann irgendwie und eine Sache tun lieber für das weitere Antwerp unten. Ich verkaufe die Sachen und finde sie dann nie wieder. Ich hoffe nicht. Und dass diese Sachen dann noch anders geklärt kriege. Aber ich muss gleich mit dem. Entstehen Terror. Genau. Da geht. Da geht. Da geht. Da geht. Da geht. Da geht. Ja. Da geht. Wir laufen erst mal durch die noch nicht ganz fertig geladene Map. Das war auch wohl wieder an mir. Oh du bist mir wohl. Ja, ich kann dir nichts verkaufen, aber du kannst sehen. Mama wird bald wieder zurück. Ich meine, Shopkeeper wird bald wieder zurück. Ja, ja. Löwchen. Ich brauche mit meinen Clip, ja. Du willst nichts davon. Vertraue mir. Aha, was will ich denn nicht? Oh, die Katze. Ich glaube, die haben auch schon getötet. Wenn die im Clip sind. Vielleicht mehr durch die Hintergassen. Ich sighs die Fe an. Oh Gott discerni. Getötet. I will bleiben. Himme deswegen! Hmm. Wir sind zu früh hier, denn das ist richtig sehr. Das Versteck haben wir schon gemacht. Das müssen wir vielleicht nochmal machen. Nicht, dass wir hier irgendwas verpassen. Okay, ein Buch, was wir noch nicht wirklich gesehen haben. Ähm, das heißt wahrscheinlich nicht so im Deutschen. Hören wir mal um die Bücher hier ab. Schriftrollen. Bruch. Jetzt müssen wir wissen, wo der Schlüssel hinpasst. Das wäre hilfreich. Ich lese mal ein paar Bücher. Und davon war die Person hier. Ne, irgendwie nicht. Sekunde. Das ist schriftlich. Das ist schriftlich. Das ist schriftlich. Der Fall ist schriftlich. Ja. Das ist schriftlich. Wir laufen hier. Ich riß und schon. Das ist schriftlich. Das ist schriftlich. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 So, unsere ganzen Quests hier. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Das mit dem Stahlwichter ist dann auch nicht mehr. Aha. Zitiere den Potential. Jetzt gehören dass der Blumenschlüssel passt. Das haben wir schon gemacht. Ein Schlüssel in Freigungs Klitsche passt perfekt zu dem, den wir unter dem Tempel der offene Hand gefunden haben. Wir sollten versuchen weitere Beweisung zum Mod in der Klitsche zu finden. Aha. Erzeugt eine Klitsche oder was? Komplettbeweisung wird das hier als als nächster Ort angezeigt. Vielleicht ist das schon der Weg. Ansonsten müssen wir wirklich nochmal zurück zur Klitsche und dann nochmal nachsuchen. Wir waren da drüben schon. Das waren wir schon hier bei den und in vor allem kommen konnten wir die vor allem die die wir denken richtig wie in die ich Die Grabsteine, jetzt stören wir schon wieder die Totenuru, das ist das letzte Mal so viel Ihr habt gesehen, dass jemand anderes' property vandalisiert wird. Vielleicht sollte man sehen, dass es vorbei ist Begib nicht, ich versichere es vor keine Absicht. Ich ermittle hier nur. Ich schaue hier nur ein paar Sachen. Während ich ermittle. Wenn ich das Tribunal suche, lasst mich vom Tod leiten. Denn das wird sonst... Denn was sonst als Mord tritt hinter dem Tod? Aha. Oha, ein Knopf. Oha, eine weitere Tür. Oha, ich habe es mir vertraut vor. Versuche nicht an die Historie Spiele zu erinnern. Mit 20, das kann ja nur schief gehen. Nur wir wissen nichts. Und das Sympol ist mir bekannt. Ob das Ding des Baals ist. Warum haben wir eigentlich vorher nicht gespeichert. Ich bin doch dumm, dass ich hier nicht gespeichere. Wir müssen das normal machen, wenn wir die nicht. Tja... Witzel. Ganz normal. Das Sympol, das kennen wir doch. Es wird aber nicht gehen. Ich bin der Felder. Jep. Es schließt mir alles, was die Leute sagen haben, die zerstörtens unserer Ur Borderlands auf den letzten Schweren- oder Conference gesehen haben. Sie müssen diese Serial-Bullungen investigieren. Ja, da wollen wir rein. Das ist nicht möglich. mit zwei fantastisch wir haben 16 gewürfelt mit bohnen hier also ich fühle mich das nicht gereicht ich weiß mir die püriere nach unten nach unten Na bitte. Okay, so kommen wir hier nicht weiter oder weh. Wie öffnen wir dann diese Tür? Gibt es da unten einen Weg? Gibt es da unten einen Weg? Wahrscheinlich nicht, wenn sie verflucht ist. Das war mir klar. Ja. Boah, Kennwort für. Wo kriegen wir das Kennwort her? Wir müssen das Kennwort finden. Wahrscheinlich in einem Buch, was wir noch nicht gefunden haben. Wie hieß nochmal, dass wir... Wie hieß nochmal die Geschwester, dann kann ich vielleicht da mal nachführen. immer wieder... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, das, wo wir hinwollten, oder? Mal schauen, wir müssen halt ein bisschen bei der Einmittlung ein bisschen mehr untersuchen. Das wäre mal, hm, gebracht. Ich müsste so einfach mal die Preise mitnehmen. Danach doch ein Papier mit Tempelplänen drauf. Überlegend steht hier nur... Was dann, wie standen da irgendwelche Codeswörter oder so? Wir brauchen dieses Verdammte am Modell, um dort reinzukommen. Und da wollt man nicht hin. Oder doch. Ich bin nicht sicher, dass ich dich nicht gut verliere. Es wird zum Kuckuck Center... Ich glaube hier die... Das ist doch dieser... Diese Fischkuckungsgesache... Kitsche... machen wir erstmal das und dann schon mal weiter ach komm oh man, Berkaufgum haben ja na Ich habe meine Hand auf alles dieses Stück Pergament Wer sich dem Tribunal Morddots stellen und den Tempel des Bayer betreten will muss die Ziele auf dieser Liste töten und die Morde im Kult der Absoluten anhängen bringt die Hand der Opfer als Beweis von Todes mit schreitet im Beruhigungsaspirant als doppelte Beweis Herzogen Berlin ist der Main der Unterstadt getötet Phatologen Tempel der offene Hand Röntgen getötet Schnibels der nahezu ist der Tage getötet Alexander Regenwald Wir wohnen in der Nähe des Kontos Unterstadt getötet Frank Birnbaum in der Nähe von Unterstadt getötet Wann brauchen wir die anderen Hände? Pogau Hochklier großes Wohnhaus Kassette Baldus Ok das müssen wir uns mal hier irgendwie notieren Fliegero Fahrbild Unterstadt Ok ein paar fehlen auf der Liste noch Ich war im Hintergrund Geburt in Söcken in Söcken Ich bin ein bisschen freilig Oha Rüstung ist das jetzt für Schallach oder Leder Rüstung Was ist da los? Was ist da los? Was ist da los? Wie sieht hier aus? Wie sieht hier aus? Ich kann nicht sehen weil ich immer noch nachtgewand bin Verstohlen Du hast einen Bonus plus 1 auf Heimlichkeitswürfe nicht schlecht Und muss das andere hin Das andere gewand für den Kautos hat Das ist auch einer von den Preisstücken Einen 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 Steck ich mir mal hier oben Ich muss mich besser umgucken Ich muss mich besser umgucken Nix mehr mit dabei oder sie nicht Die Nachricht wird noch nicht mitnehmen ins Beweisstück Vibrationsbesteck Den Schrank können wir nicht mitnehmen Diebeswerkzeuge Wir müssen hier feiern in Avernus Wir müssen hier feiern in Avernus Das ist nichts Machen wir noch ein Buch was wir brauchen könnten Das ist alles gelootet Und Was sagt die Quest Bericht der Ermittlerin Valeria von den Erkenntnissen Und dann haben wir noch die Können wir vielleicht mal versuchen da zurück zu gehen Das ist alles Wichtig Wichtig Das ist alles Wichtig Wichtig Dass die 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 Wo war das? Das war irgendwo hier. In der Svanian in der Richtung. Das war mit Zugruss da drüben. Wir sind volland gelaufen. Der Svanian in der Richtung. Der Svanian in der Richtung. Der Svanian in der Richtung. Der Svanian fährt hin. Die kommen mit Alpbibnissen. Wo ist die denn? Sie sehen, so ist der Janus. Oh, wir sind noch jetzt in Wanderlust. Hey, wir sollten noch jetzt... Wir sollten jetzt im Tempel zu führen, dass... Ist der Janis? Ist die Mordwaffe, ich habe sie im geheimen Tunnel unter dem Tempel gefunden. Pathologen steht auf dieser Liste der Mordopfer. Ich gefunden habe, es scheinen noch mehr Morde geplant zu sein. Suche noch, wo wird ihr beginnen? Ach die... Wo finden wir die? Das war der Elefant. Wie geht die Suche? Bei seinen Heiligen Teilen. Das ist... Das ist verrückend. Report das für Investigator Valeria und Scheres' Karesse. Es ist nur richtig, dass sie wissen. Ist die Mordwaffe. Wie geht die Suche? Wo finden wir jetzt die Valeria? Ich habe mal zuletzt in der... Irgendeiner Taverne waren, wo haben wir sie gesehen. Ich glaube, hier sind wir hoch und dann... Ich finde aber schon... Wir hätten zu Fuß gehen können. Und da drüben ist das... Wir haben natürlich eine schnelle Reise gemacht. Die Stahlware, wir werden uns doch nicht aufhalten. Das wäre tödlich. Ein tödlicher Fehler. Das ist ja gar nicht. Wie heißt... Wie geht die Flophaus... Ach ja, hier. Hier haben wir sie gesehen. Oder nicht? Was ist das Name 3? Valerian, genau. Natürlich. Hör auf einen Scheiß. Ich erinnere diese Gesichter. Du sprachst mit Yanis, nachdem ich das Tempel verlassen habe. Ich glaube, sie hat dich an etwas gebracht. Ich bin nur zum Trinken hier. Ich dachte, ja, ich habe eine Beweise gefunden. Ermittlerin. Naja, Ermittlerin. Und zwar nur dazu, wozu ihr offensichtlich wenig Lust verspürt. Ich weiß nicht, ob ich dir das sagen will. Der Mutternvater Logan ist nur ein Teil des größeren Intrigals. Das ist eine Theorie. Ich habe Beweise dieses Dokument enthält Informationen. Die Morde von dem wieder starken Geweilbaristen. Die Morde von den Ring. 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 Ich bin nur für eine Stadt. Ich bin nur für eine Stadt. Ich bin nur für eine Stadt. 四 Mal wegbekommen können. Okay, da wären wir jetzt in die Unterstadt dürfen. Gehen wir da mal hin. Ich habe das Gefühl, wir hätten diese Quests deutlich früher machen sollen. Und dann geht es durch die Stadt. Ist das durch das Tor oder was? Und versuch uns mal. Öffne das Tor. Geht nicht, das Tor ist oben. Ich kann nicht das Tor runterlassen. Merkwürdig. Wollen wir hier noch mal gucken. Hier gibt es einen Weg nach hinten. Nichts Interessantes. Gut, dann müssen wir durch die Schnellreise. Ich gehe mal hier hin. 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 Ich hoffe, die Papiere kriegen wir noch. Ich muss den Code verraten. Ich gehe mal hier hin. Ich gehe mal hier hin. Ich gehe mal hier hin. Vielleicht werde ich davon wissen, dass die jetzt da sind. Ich gehe mal hin. Ich gehe mal hin. Ich gehe mal hin. Ich hätte schon viel früher machen müssen. Aber ja. Ok, hier sind wir wieder. Die Stadt braucht wieder ewig, um nachzuladen. Laden. So, wo sind wir? Die Orientierung. Wird mal hier lang. Ah, dein Mutter ist dead, spricht sich rum. Und hier ist ein Feindfest. Ich hoffe, es hat sich nicht rumgesprungen. Und wer die getötet hat. Ich hoffe, es hat sich nicht rumgesprungen. Und wer die getötet hat. Es scheint eine gute Moment, um zu sprechen. Warum, hallo da. Wir waren gerade um ein paar von Master Metzleys leckerlosen Weinen zu probieren. Wollt ihr, um uns zu uns zu sein? Oh, sie sehen immer so lecker. Ah, Frau Highbury. Ich mag, dass ich individuelle Tastungen durchführen kann. So kann ich Ihre Palette beantworten. Nimm mich Cora, Master Metzleys. Und ich bin Angst, dass ich auf sie zu uns beurteilen muss. Wein ist nicht gut, ohne eine Firma, nachher. Aha. Er hat uns so oft gescheitert, natürlich. Kora Hochbeer. Eure Leben ist einfach ein Serien. Oder ist nicht durchher. Wenn ihr liebt, gerne ein Glas, Master Metzleys. Du musst das ablehnen, aber ich hoffe, ihr genießt den Wein. Wenn ich den Wein drücke nicht. Wenn ich den Wein drücke. 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 Oh, ein Kampf. Ähm. Wenn ich den Wein drücke. Oh, ein Kampf. Oh, das ist ja schon. Oh, was ist ja schon. Oh, was ist denn? Und nichts anderes, wenn ich den Wein drücke. Ich komme. Es gibt nichts dran. Oh. Oh, was ist ja schon. Egal, wir töten die alle. Kein Problem für uns. Hin kommt mir nicht. Nicht schlecht. Ein Fließschlag. Und grille ihn. Da geht der Doppelgänger hin. Er ist, glaube ich, der echte. Nein! Doppelgänger. Doppelgänger. Da geht's, er macht's alle. Doppelgänger. 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 Doppel Stack. Doppelgänger. Ähm. Nachdem der Ritter Schütz, das war's nicht, Symonie-Winter. Zwischen berichtet Zwerg und den Narben ist ein Rieferspenderkandidat als unheiliger Assassiner. Im Krudelkracht hat zwar doch eine Moltsmethode, sind künstlerisch sehr innovativ und ein tödliches Weinfest organisiert um sein nächstes Ziel zu nominieren. Ich werde es genau beobachten. Ich werde es noch nicht glauben. Tja... Irgendwas habe ich da übersehen, oder nicht? Irgendwas gut, hier bin ich. Hier haben wir eine gelontet. Einer von denen... War doch der Echte, oder nicht? Hier sind nur vier, wo ist der fünfte hin? Ach, das ist aber was anderes. Hm... Haben wir es noch gehabt? Sprich mit Kuro, um sie davon abzuhören und verpflichtet nur einen Wein zu trinken. Obwohl sie sein leicht und... Hier wird zerrissen und blutig. Aber wir haben ihn irgendwie nicht getötet. Die haben ihn nicht getötet. Wir haben ihn nicht getötet. Wir konnten Kuro, um... ... als Feinhändler verteilen. Die nächste Doktorliste sind jetzt... Ja, wo Frage... Wir müssen ihn aussuchen, eher wenn man das tut. Und vom letzten Figaro. Und vom haben wir ihn nicht getötet. Und vom haben wir das letzte Mal gespeichert. Das ist so blöd. Mal ein bisschen Tempo hier. Okay, ich habe ihn nicht getötet. Ah, ich sprich über die Hände. Entschuldigung, ich spreche immer mit Verlust. Wir sind so am Arsch, wenn wir da nicht reinkommen. Ja, ich weiß das Woot, aber das ist nicht so, dass wir uns hier eingeben müssen. Aber wir müssen, unsere Charakter muss das kennen, das Woot. Ah ja, ich bin verwirrt. Ich bin maximal verwirrt. Da haben wir schon wieder was verkauft. Ich würde sagen, wir werden den finden. Wenn wir den nicht hier getötet haben. Der ist doch nicht an uns vorbei. Der ist doch nicht an uns vorbei, oder was? Das haben wir doch gesehen, oder nicht? Das wäre uns doch aufgefallen. Wir sind hier von unseren Doppelgängern. Wo ist er hin? Ich hätte es doch gemerkt, wenn der während des Kampfes an uns vorbei gerannt wäre. Das kannst du mir doch nicht verraten. Und... Dann würde ich mal sagen... Vielleicht hätten wir das heute schon zu diesem Part lösen können. Dann gucke ich mal, wie ich die Misere bis zum nächsten Part. Dann gucke ich mal, wie ich das jetzt hier noch schaffe. Ah, die feiern schön weiter. Und wir sind wirklich früher... ...vorm Wanderung. Der echte Zeug. Das ist echt merkwürdig. Hm. Das ist echt merkwürdig. 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 Untertitelung des ZDF, 2020